Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu MagWarriorOnline mit den alten Herren in einer neuen Runde. So und gleich geht's los. Jawoll und ich habe diesmal... Oh, warte mal. Wie soll ich die Taste 4 aktivieren? Oh, jetzt doof. Was? So. Jetzt muss ich hier schon die ganzen Waffen wieder umstellen. So. So, passt schon. So, wir spielen den Modus... Was spielen wir denn? Skirmisch immer noch? Deathmatch? Also skirmisch, ja. So, ich habe die dritte Variante von meinem Kid Fox ausgewählt. Es gab bei diesen Clanmächten-Paketen immer drei Varianten, die man für einen Preis bekommen kann. Und dieser hier hat ein Medical... Ein Medical Pulslaser vor allen Dingen. Ein Medium Pulslaser, ein Short... Short Range Pulslaser und ein Large Pulslaser. Ein Streak, Short Range Missile-Paket und Maschinengewehre. Und Jump Sweets. Ich kann auch mal springen. Und dem Kleinen macht das noch echt Bock, im Gegensatz zu den großen Brocken hier. Oh, Raketen! Oh, die sind nicht auf uns gerichtet. Tja, ich bin direkt hinter dir. Endlich ein Ziel. Ach... Schade, dass ich hier mit dem nicht einen Super-Zoom habe. Das ist 700 Meter alter. Das ist viel zu weit weg für meinen. So, ich laufe mal hier lang. Oh, da wird auch schon beschossen. Das heißt, es würde mir vielleicht auch gar nichts bringen, da lang zu gehen. Oh, ich bin von hinten beschossen. Wahrscheinlich hast du wieder so einen Knaben drin, der immer gerne in den eigenen Leuten ins Kreuz schießt. Kann sein. Hatte ich vorhin auch mal, als ich den Mech einfach mal so angetestet habe. Oh, da hinten sind ganz viele Missile-Boats. Oh, scheiße. Nova! Oh, hinter uns steht wirklich einer. Nee. Da hat nur einer an mir vorbeigeschossen, hat hinten einen Stein getroffen. So... Ein Hundspeck, 491 Meter. Ah, ich bin schon wieder ganz woanders. Den hole ich mir jetzt. Der kühlt aufs Maul. Oh, das sind mehrere. Deswegen sind alle abgehauen. Zack, kill assist. Ratatatatat. Oh fuck, das ist der Super Assault hier. Da geh ich lieber. Nein, ich bin down. Schon? Oh, ja. Die Assaults sind echt krass, die Assaults. Die ganz fetten von den Clans. Äh... Oh verdammt, hab ich mir eigentlich mal ein Kreuz gefeuert. Das wollte ich nicht. Sorry. Large Pulse Laser. Schön bunt ist es ja schon mal. Warte, du hast einen Small Pulse, einen Medium Pulse und einen Large Pulse. Ja, alles vorgefertigt. War halt alles ein Paket mit drin. Das gibt doch gar keinen Sinn. Es war so, wie es ist. Ne? Die kleinen Maschinengewehre klingen cool. Oh, du bist tot. Das ist wie in dem Intro zum MechWarrior 2. Ein Leitmärk gegen Timberwolf. Hat mal wer gewonnen hat. Ich wollte sagen, eher nicht. Gut. Achso, dafür hab ich schon... Ich weiß, dafür hab ich auch schon so einiges gerade verloren. Ja, ich werde hier auch gleich noch mal mehr, glaube ich. Wir werden sowieso gerade wieder echt aufgemischt. Naja gut, 4-7, ne? Mh... Das dauert, bis sie die Opel gekriegt haben. Nicht die Beine kaputt schießen. Oh, das ist auch ein Clit-Fox. Schießen wir ins Kreuz. Hat er keine Panzerung. So. Verdammt. Du bist so gut wie down, man. Du wirst von 3 Leuten beschossen. Ne, von 2. Du hast keinen Arm und kein Bein mehr. Ja. Einen Maschinengewehre hast du noch. Komm, das schaffst du. Ah, schade. Schade. Oh, jetzt sind 4,9. Ja, das schaffen wir nicht mehr jetzt. Naja, nicht wirklich. Oh ja, hat schon Spaß gemacht. Ein Direwolf. Was ist das? Firestarter, ja toll. Einen Lightmech haben wir noch. Einen ADR? Keine Ahnung, was ein ADR ist. Muss neuer sein, ist einer der Neuen. Den sieht man am HUD. Aber scheint auch ein Lightroom Medium zu sein. So, von der Geschwindigkeit her. Zwei ER-PPCs. Oh, ist der letzte. Und ein Flamer. Er ist der letzte, das schafft der nicht. Der schafft der, der ist bestimmt so gut. Der kennt alle Tricks und Kniffe. Und glitscht sich durch Wände und sonstiges. Ne, ich weiß auch gar nicht, was er da gerade macht. Ne, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, der ist total in Panik und orientierungslos. Ja, das wird dann wohl nichts mehr für uns. Nein. Um's Eck. Dreh dich rum. Schieß. Mach nen Flamer. Du hast den Tod. Wieso die Büsche so glühen, wenn man da durchlasert? Tja, Kumpel. Tja. War ein guter Versuch. Immerhin. Er hat's probiert. Genau wie wir alle anderen auch. Ja. Na gut. Tja. Ihr Lieben. Immer wieder vielen Dank, dass ihr euch das kurz so glühen angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.